Ich bin Thomas. Ich komme aus Treffingen. Wir sind hier in Novgorod. Wir fliegen hier mit 25. Wir sind hier auf dem Flugzeug, hinter uns zwei Treibenjacks. Rechte Horsepower. Verhältnis etwa 1 zu 1 zum Gewicht des Flugzeugs. Wir schlagen jetzt hier hinten ein. Dann kommen die Maske rüber. Und dann geht es los, wenn man 30 Minuten fliegt. Okay. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.